Applaus Mich, mich schickt die Agentur. Ich muss aus. Ich soll sie heute Abend unterhalten. Ich auch. Mein Name ist Silke Sumpf-Pretsch, früher nur Sumpf. Meiner nicht. Gott sei Dank. Und wen's interessiert der Tastenknecht da drüber? Das ist der Herr Lühmlich. Meine lieben Damen und Herren, jeder Kabarett-Dame besteht erstens aus der Introduktion. Die haben Sie jetzt gerade gesehen. Zweitens folgt das Begrüßungslied. Nun mit folgendem Text. Hallo, hallo, hier im Kabarett. Aufpassen mit der Flöße. Das war's. Baller, Beckham, Omenicke. Wo war's denn dann mit der Verena? Hat sie denn dann nicht gesagt? Ich ficke die nicht. Ich hoffe die. Ich habe Angst vor jedem neuen Ton. Ich habe Angst vor jedem neuen Ton. Ich habe Angst vor der freien Improvisation. Und ach, du Scheiße. Ich glaub hier ist sie schon. Ich habe Angst vor einem Auftritt hier in Cottbus. Und das ist für mich ungefähr genauso spaßig, wie wenn ich aufs Schafott muss ich. Ich habe Angst vor dem zu kommen und Heidi Klum. Weil ich hab nur bissl mehr. Und wie auch unten im Grunde. Ich habe Angst. Denn die Dame hat sich kalt gekratzt. Wissen Sie, wer mich das abgelenkt hat? Nein. Was mein Text verpatscht. Das war polnisch und heißt so viel wie. Rosa marmoriert sind alle meine Kleider, weil mein Schatz zerrege Fachkraft ist. Bei diesem Fältchen für 2,80 Euro. Was? Blau, ja so blau sind alle meine Kleider. Kleine. Weil mein Schatz ein Jägermeister trägt. Abends. Abends. Mittags. Nachmittags. Und auch abends. Und alles von meinem eigenen Kapital. Und wenn der dann abends nach Hause kommt, dann hat der Arsch über Kiranis. Und dann sind hinterher nicht nur die Klamotten da. Doinkal. Lass uns jetzt stellen. Wissen Sie hier sind Senioren anwesend. Mr. K extreme Vielen Dank.